Tja, Ewa ist letzte Reise. Burning Shorts. Oh oh. Haben wir sie gesagt? Aber er hat kein Reaktivierungssignal zum Neustart der Systeme. Er braucht eine direkte Verbindung. Glaubst du, er ist wirklich in dem Ding drin? Anders geht es nicht. Wir müssen verhindern, dass er sich einschaltet. Da. Sieht aus, als wäre er mit einer Art Kühlsystem verbunden. Wenn wir die Verbindung unterbrechen, könnte der Horus überhitzen. Äh, könnte schwierig werden. Mehr von den Toten auferstandene Maschinen? Das glaube ich nicht. Nonja muss sie mit dem Horus hergestellt haben. Beeilen wir uns. Na los. Wir müssen zu dem Kühlsystem. Wir können hier runterklettern. Ein Verderber blockiert den Weg. Wir müssen ihn ausschalten. Bereit. Hallo, Aloy. Bis du hast die da unten herumkriegt. Wie schön, dass du es zum großen Finale geschafft hast. what ist das? Nein, nein. Yann. Ei, nein! Ich nicht zu Hause, wenn du's hier in fliehen. Ach! 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 Ach, ach! Jetzt ist der Schuss. Da können wir hoch. Das ist der Schuss. Das ist der Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Schuhe wird hier ungemerkt, ich bin hier abwärts. Nicht so schnell. Du stirbst. Was führt dir da im Schädel? Unsere Chance. Hast du gut weggesteckt. Dein Haar in der Schuppe. Schon bald vergessen. Sieht schlecht aus für dich. Du hast bestimmt wehgetan. Du kannst mich nicht aufheißen. Komm zurück. Das Kühlsystem müsste vor uns sein. Verderbe haben einige Maschinen überbrückt. Ich muss sie ausschalten. Ich muss sie nicht aufheißen. Das ist sie zu verlaufen. Ich muss sie ausschalten. Sieht schlecht aus. Ich muss sie aufheißen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wir müssen zuerst die Maschinen ausschalten. Oh! 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 Oh. Oh! Oh! Da ist der Kühler. Da ist der Kühler. Was hast du vor? Ein bisschen weiter. Da ist er. Das ist ja egal. Verstanden. Na also. Ich hole uns den anderen. Ja. Oh oh. Doch der Jäger hat mich falsch gemacht. Herr Läger hat mich fertig gemacht. Was ist das? Er ist immer noch überhitzt. Er will zur Bucht. Er will den Horus mit Meerwasser abkühlen. Wie sollen wir ihn aufhalten? Da, auf der Unterseite. Wir müssen nach seinen Kühlern suchen. Du lenkst Laundra aus der Luft ab. Ich bleib von unten an. Was? Du willst, dass ich das Ding fliege? Du lernst doch schnell! So, jetzt sind wir beide dran, Kumpel. Okay, ich muss den Horus abfangen und dann den Kühler erwischen. Ach, dieses Fliegen ist nicht übel. Mach's das toll! Er darf offenes Wasser nicht erreichen. Säka, der Horus muss auf dem Strand bleiben. Geht klar! Ich bin der Köder! Ich muss leer ran, um den Himmler an der Unterseite zu treffen. Ich habe mich jetzt fast erwischt! Du kleiner Moskito! Okay, jetzt auf den Kühler! Du bist nur ein Wandel in der Schrotthaufe! Du steckst echt in der Kühler! Oh-oh! Flieg, mein Freund, flieg! Ich fliege drunter! Ich witte, ich hänge ihn ab! Lästige kleine Schnakel! Ein Titan gegen ein Insekt! Ja! Versteckt fest! Gut gemacht! Sturzflug! Oh! Ausweichen ist gar nicht so einfach! Zeit, dich abzuschießen! So und so! Ein Titan kann bedauern für ein lästiges Objektum! Jetzt bin ich dran! Vorsicht, Eloi! Der Metallteufel lebt sich gerade auf! Lauf, Eloi! Gar nichts? Tja, den Glück hält nicht ewig! So, ich mach das nicht! Du eigentlich keine Geschenkstelle! Oh Gott, schick mir ein Verwerber! Ich mach das schon! Selka, lenkt Laundra ab! Ich kümmere mich um die Maschinen! Das sollte nicht allzu schwierig werden! Na los, du riesiges Wrack! Komm und hol mich! Komm zurück! Eloi! Von der Seite ist noch ein Kühler! Verbrauch uns eine Art Abdeckung! Der hier hat eine Abdeckung! Der Speer kommt vielleicht durch! Ich muss da hoch! An einem Bein hochklettern! Ich scanne das! Daneben! So zu hoch wäre eine kleine Motte! Schlag schneller mit den Fügel! Stell dich dem Unvermeidlichen! Du bist verloren! Ich muss nachlaufen! Ich muss zum Kühler hoch! Ich sollte das Bein hochklettern! Der Altecken kregen sich! Diese Manöver wächst in der Kette! Das ist meine Chance! Oh! 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 Ich muss zum Kühler hochklettern! Ich muss zum Kühler hochklettern! Ich muss zum Kühler hochklettern! Ich schalte mich auch. Komm, Schock! Zieh gerade auf! Ah! Komm! Versuchen wir dieses Manöver! Halt! Aufgewichen! Du kannst nicht ewig herumfliegen! Mitkriegst du nicht! Du kapierst es nicht! Ich verliere nie! Weiter so! Das ist geschafft! Das Ding ist schwer zu steuern! Du solltest dankbar sein! Ich erspare dir Nemesis Summons! Das war gut! Der Kühler liegt frei! Bleib und aufhalten! So langsam hab ich den Bogen beim Fliegen raus! Auf den Kühler schießen! Das ist ein toller Plan! Das ist erbärmlich! Achtung! Du bist ein letzter Feuer! Puh! Der letzte Schuss war eben knapp! Du hast mehr Fisch als deine Schwester! Komm! 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 Deine Mund! Das wird bestimmt besser sein! Oh oh! Der greift wieder an, Leiloi! Rester! Verfehlt mich! Der Riese bewegt sich! Lamperscheint ihn entfassen! Muss ganz schön warm sein da drin. Ich weiß nicht, ob ich ihn aus Länger ablenken kann. Versuch es einfach. Was macht das Ding? Habt ihr es ausgeschaltet? Ich glaube, er kühlt sich ab. Das könnte unsere Chance sein. Bleib erst mal in der Luft. Ich seh nach. Wir sind noch nicht fertig! Vorsicht, Edoi! Die Horus-Arme nähern sich! Das war der Letzte! Jetzt kann ich mich noch nicht losgeblöcken. Bleib da oben! Halt der Ausschau! Okay! Ich kann die Hülle an den Armen sehen! Die Gezeiten reißen mich davon! Der Kühler liegt treu! Unter dir, Edoi! Oh, ich kriege dich noch! Das ist deine Chance! Versuchen wir was anderes, hm? Heute kommt er jetzt wieder vor! Er fährt die Waffen hoch! Du kannst nicht gewinnen, sieh es ein! Oh, oh! Oh, oh! Die Luftfahrten sind offen! Dann geht's nicht los! Da ist der Kühler! Auf dem Arm! Widerstand ist schrecklos! Ha, 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 ha! Ich war dich fertig! Das ist deine eigene Schuld! Das ist deine Schuld! Das ist deine Schuld! Ich bin deinem Kühl! Der Kühler liegt frei! Der Kühl ist frei! Wann bin ich? So ist das schon los? Ich. Oh! Oh! Komm! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Ich bin echt gefeiert. Oh! 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 Nimm das! Die Ewigkeit ist gemein! Halt still! Da ist der Kühler! Gute! Gute! Du darfst, du gewinnst? Keine Chance! Du hast genug angerichtet! Bring dir Sinn! Der Schlecker-Zug! Der Schlecker-Zug! Teil still! Der Schlecker-Zug! Der Schlecker-Zug! Der Schlecker-Zug! Ich wette, das hat weh getan! Immerher deine fliegende Freunde kommt als nächstes! Der Schlecker-Zug! Der Schlecker-Zug! Der Schlecker-Zug, die drei 74 oder so fliegende Wille! Der Schlecker-Zug! Der Schlecker-Zug! Der Schlecker-Zug! Der Schlecker-Zug! Du bist. Keinen kommt! Ich bringe es hier zu Ende. Er ist unter dir! Unter dir! Pass auf, Eloy! Du kämpfst gegen das Unmögliche! Halt den Rettung schnell! Deine Zeit ist aus. Ich komme! Achtung! Achtung! Nicht aufgeben! Ich bin ich! Nicht aufgeben! 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 Er hält an! Du kannst ihn kriegen! Er bricht zusammen. Gut. Schnell rein, da bevor Lundra was repariert. Ein Licht. Könnte von innen kommen. Da. Ein Riss. Könnte mein Eingang sein. Wo Lundra? Aloy! Lundra bringt den Horus zurück an die Oberfläche! Ich kletter hoch und finde ihn. Lundra muss verbunden sein, um dieses Ding zu steuern. Das macht ihn angreifbar. Da ist das, aber muss ich sein. Los, fang mich doch! Lundra muss verbunden sein, um dieses Ding zu steuern. Das macht ihn angreifbar. Er muss vorne bei der Prozessor-Gugier sein. Da ist das objektiver! Los, fang mich doch! Alles okay da drin? Wird schon. Bei dir? Lundra hat ein paar Mal angegriffen. Aber ich bin ihm entwischt. Halt nur noch eine Weile durch. Glaube ich, die kommt nicht nach vorne. Diese Schichten werden nicht lange offen sein. Ich hole dich vom Himmel und zermalme den Rutsch auf! Wie du meins! Es schafft! Auch hier ist zusammenrassend! Mit der Prozessor-Gugier verbunden. Sie zu zerstören könnte den Modus abschalten. Lies da rein! Kompensieren! Eindämmungsbrochen-Sektor! Lies das nicht rein! ... Der Knochen muss aufgelenkt werden. Oh. Der Knochen muss aufgelenkt werden. Replicationsbox 2 ist der Totalschirm! Ey, Loi! Der Horus ist jetzt Richtung Küste unterwegs! Ich bin gleich bei Laundra. Halt dich bereit. Das hat er reichen. Na, du! Höchst unwillkommen! Oh, es hat so viel mehr! Wir spielen jetzt in den nächsten quadst. Oh, das ist wirklich sie! Oh, es ist wirklich so. Du warst dich, du, zu viel mehr! Es sind immer noch nicht gut, aber es geht danebe. Oh, es hat keinen Fall. Vielen Dank. 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 Noch nicht. Das klappt nicht. Okay. 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 Mit dem Schild wird das dicht. Das ist ein Schild. Das kommt nicht! Du hast keine Chance, eine neue Welt wartet, in der es angehimmelt wird, und du, am Voraus stehst, ist Nemesis dein Planeten im Stücken! Verreicht! Wie du weinst! Die Semper sind verkeuert! Keinen kommen! Geh weg! Nein, so darf es nicht! Erst muss der Schild weg! Die Semper sind verkeuert! Nimm das! Die Zukunft gehört mir! Geh weg! Angehörter! Keine Chance! Höchensknister! Höchensknistert! Höch Serách? Höchstlich! Was ist das, Bich? Keinen kann! Höre, wie das knistert! Zack! Nein, so darf es nicht enden! Fass dich! Fass dich! Fass dich! Keinen kommen! So täte ich nicht an! Fass dich! Fass dich! Fass dich! Fass dich! Fass dich! Fass dich! Hör, wie das knistert! Jetzt wird's heiß! Jetzt wird's noch ein paar Schmerzen. Jetzt wird's noch ein Schmerz. Dann wird's noch ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerzen. Hab ich dich. Fall um. Ich hab' dich verheiratet. Ich hab' dich. Ich hab' dich verheiratet.